Ich bin Renne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Wir befinden uns nun in Passus 3 und es gibt eine Menge zu tun, wie ihr hier bei den Hauptmissionen sehen könnt. Partner der sechsten Macht, wir müssen stärker werden, um gegen die Sky Ends weiterhin bestehen zu können. Die sechste Macht braucht jetzt einen starken Partner. Es wird Zeit, dass sich jemand der großen Gilden dazu bekennt und seine Kämpfe in unserem Hauptquartier stationiert. Auch ich muss Farbe bekennen, ob ich so weitermachen will oder mit welcher Gilde ich den weiteren Weg bestreite. Ich muss mit Dawkins darüber sprechen. Das heißt, ich muss langsam die Entscheidung fällen, ob ich bei den Alps bleiben möchte oder mich den Klerikern anschließen. Die Fähigkeiten der Alps habe ich alle gelernt. Das heißt, ich hätte keinen weiteren Vorteil für die Charakterentwicklung bei den Alps zu bleiben. Ich könnte aber hier bei den Klerikern letzte Chance noch erlernen, sowie die Resistenz gegenüber Realitätsschaden. Und ich glaube, dass der Realitätsschaden der Schaden ist, den wir bei den Sky Ends immer erleiden. Auch wenn wir aus Sky End Kreaturen unser Elex ziehen. Okay, schauen wir mal weiter. Wir haben Stimmen aus der Dunkelheit. Ich muss mich unbedingt wieder um die Belange der sechsten Macht in der Bastion kümmern. Ich habe Thierk schon recht lange alleine gelassen. Dann haben wir die Suppe versalzen. Vadek weiß, wie man den Betrieb der Forma der Sky Ends einstellt. Ich muss diese Information unbedingt haben. Das heißt, auch mit Vadek müssen wir uns nochmal treffen. Dann Vormarsch gegen die Berserker. Die Berserker geraten immer mehr in Bedrängnis durch die Sky Ends. Thierk weiß mehr über die aktuelle Lage. Also auch da wieder mit Thierk reden. Ergerm Tal Kessel. Backstar hat offenbar ernsthafte Probleme in seinem Krater. Ich sollte mich darum kümmern. Wir brauchen die Outlaws im Krieg gegen die Sky Ends. Pflichtverständnis. Dorkins war mir in letzter Zeit zu oft unterwegs gewesen für meinen Geschmack. Keine Ahnung, was er so anstellt, wenn ihn niemand von uns beobachtet. Thierk weiß vielleicht mehr darüber. Auch hier wieder Thierk. Und Lehrjahre, die Zukunft meines Sohnes, liegt im Fokus vieler einflussreicher Leute. Doch jeder sieht nur seinen eigenen Vorteil in ihm. Ich muss mich mit seiner Mutter beraten, was jetzt das Beste für ihn wäre. Ja, das Gespräch hätten wir schon mit Kaya auslösen können. Oh. Ah, sehr gut. Ich kriege diese eine Frage nicht mehr aus dem Kopf. Wie genau funktioniert die Symbiose der Sky Ends mit ihren Maschinen? Ist es so wie bei Dawkins und dem Hybriden? Starte die Analyse zur Beantwortung dieser Frage, sobald wir die Chips gefunden haben. Könntest du das nicht aus der Distanz machen? Müssen wir uns wirklich jedes Mal um die Dinger prügeln? Die Reichweite meiner Sensoren ist begrenzt. Du ortest die Chips doch auch über Kilometer Entfernung. Das Fehlerpotenzial steigt exponentiell mit der Entfernung. Hm. Und wer will das schon? Commander. Eine Trainingseinheit deiner geistigen Stabilität wird umgehend empfohlen. Ja gut, dann lassen wir das erstmal, also machen wir erstmal das Geisttraining. Lass uns mit meinem speziellen Geisttraining beginnen. Ja, Commander. Starte Trainingsprotokoll. Danke. Das reicht hoffentlich wieder für eine Weile. Stand by. Commander, ein Mitglied unserer Gemeinschaft hat sich abgesetzt. Nürer? Ach ja? Wer ist es? Nürer. Mhm. Überrascht mich nicht. Mich schon. Sie gehört zu den Alps. Du müsstest ihre Signatur orten können. Wo ist sie hin? Ich speise die Koordinaten ihres Aufenthaltsortes in deinen Adjutor ein. Aha. Igna dann. Wo auch sonst. Ich schätze, sie will ins Depot zurück. Gut, danke. Ich kümmere mich um Nürer, sobald ich Zeit dazu habe. Positiv. Na schön. Machen wir weiter. Okay, das wollte ich gerade nämlich auch noch sagen. Nürer ist auf einmal weg. Das ist mir ja schon in meinem letzten Video aufgefallen. Nürer ist verschwunden. Ich schätze, sie hat die Schnauze voll von mir und meinen Methoden. Wenn ich sie wieder einfangen will, muss ich mich beeilen, bevor sie wieder bei ihrem Volk im Depot angelangt ist. So, das hat für mich oberste Priorität. Und eigentlich hatte ich nicht den Eindruck, dass wir ein schlechtes Bild bei ihr hinterlassen haben. Äh, das machen wir direkt mal. Reisen wir in die Schneesiedlung und schauen mal, was mit Nürer los ist. Kaya, du... Hey du, ich, ich brauch mal dein Ohr. Natürlich. Was gibt es? Ich mache mir Gedanken über meine Zukunft. Mein Volk braucht jemanden wie mich. Ich habe eine große Verantwortung übernommen. Das war doch schon immer so. Meinst du? Und warum fühlt es sich so an, als würde die Bürde meiner Pflichten immer schwerer werden? Ich weiß nicht, ob ich dem Ganzen am Ende immer noch gerecht werde. Die Menschen brauchen Halt. Was, wenn ich das alles nicht mehr schaffen kann? Du bist die mächtigste Magierin der Berserker. Wenn nicht sogar aller Völker. Wer sollte deinen Job besser erledigen, wenn nicht du selbst? Ja, aber das kann ich nicht allein. Es höhlt mich aus, wenn das so weiterläuft. Ich brauche eine bessere Perspektive, als die, dass ich die nächsten Jahrzehnte auf meinem Orakelton versauere. Hm. Ich schätze, ich verstehe, was du meinst. Das ist ja schön. Dann werde mal konkret. Ach. Die Ehe ist es aber echt wissen. Ich brauche noch Zeit, um mir über ein paar Dinge klar zu werden. Hm. Ja, tu das. Aber lass dir nicht zu viel Zeit damit. Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit. Wenn du willst. Ja, ehrlich gesagt, will ich auch lieber mit Nyra eine engere Beziehung eingeben und nicht mit Kaya. Aus Sicht des Sohnes ist das natürlich scheiße, aber irgendwie fand ich Kaya hier von Anfang an schon komisch. Und Nyra mochte ich schon im ersten Teil. Ist halt das eigene Empfinden. Na, das sieht ja jeder anders. Deswegen ist es mir auch so wichtig, dass wir uns jetzt um Nyra kümmern. Da hockt sie doch. Im Schnee. Du holst ja kalte Knie, Fräulein. Mein Leben an deiner Seite ist für mich eine gänzlich neue Erfahrung. Okay. Ist das etwas Gutes? Das ist für mich sehr schwer zu sagen. Es ist das erste Mal, dass ich über diesen großen Zeitraum dem Elex entrücke. Ich finde, das ist schon eine beachtliche Leistung. Hm. Ich danke dir. Aber ich weiß auch, was für eine Nervensäge ich sein kann, wenn ich... Nun, wie auch immer. Ich beginne immer öfter über ein Leben nach dem Krieg gegen die Fremden nachzudenken. Du denn nicht auch? Ich meine, du musst doch Pläne haben, was du tun wirst, wenn alles hier vorbei ist und wir es überlebt haben. Aha. Genau weiß ich das noch nicht. Ich würde mich aber freuen, wenn du ein Teil davon sein könntest. Hm. Dieser Gedanke ist mir auch schon gekommen. Allerdings... Nun, ich werde mal darüber nachdenken. Hey. Was machst du denn hier? Ich hatte schon befürchtet, dass du mich finden würdest. Hätte dieser Dialog nicht zuerst kommen wollen? Ich habe zu viel in dich investiert, um dich jetzt einfach wieder aufzugeben. Eine sehr nüchterne und sachliche Erklärung. Doch kaufe ich sie dir nicht ganz ab. Mehr wirst du nicht bekommen. Du wirst mir jetzt erst einmal erklären, was der Unsinn hier soll. Es sind die freien Menschen. Bei meinen zahlreichen Bemühungen, mein Volk zu schützen, habe ich viel über die anderen Gemeinschaften gelernt. Ich musste erkennen, dass ihre Intentionen und Beweggründe sich im Grunde nicht sehr von denen meines Volkes unterscheiden. Ist das etwas Gutes oder nicht? Nein, ganz und gar nicht. Es würde bedeuten, dass ich Zeit meines Lebens dem Irrglauben erlegen war, dass... Tut mir sehr leid, dass dich das so belastet. Ich werde niemals einer von ihnen sein. Vielleicht nicht, aber du kannst es versuchen. Wenn du jetzt aufgibst, dann werden die Skians letztlich doch gewinnen. Schmerz, Leid, Zweifel und auch Gefühle wie der Hass und Gewaltbereitschaft. Das alles sind sehr menschliche Eigenschaften. Sieh es nicht als Schwäche an. Es ist eine Erweiterung deiner Wahrnehmung und deiner Fähigkeiten, dich in andere hineinzuversetzen. Komm mit mir, ich werde dir helfen, deinen Weg weiterzugehen. Aber es ist so schwer. Du bist in einem ständigen Wechselbad der Gefühle gefangen zwischen deiner Logik und deinen Emotionen. Lass mich dir helfen, gemeinsam kommen wir da durch. Und wenn ich versage? Dann versagst du, aber du bleibst nicht einfach stehen. Deine Willensstärke ist unermesslich. Das ist keine Willensstärke, Nürer. Das ist Menschlichkeit. Hm. So, und jetzt komm. Wir haben noch eine Menge zu erledigen. Gut. Ich... Ich werde dir folgen. Und doch habe ich noch ein Anliegen. Und das wäre? Die Skians. Ich will auch ihre Pläne studieren. Pläne der Menschen konnte ich ja noch verstehen. Aber die der Skians. Tu mir einfach den Gefallen. Ich muss etwas extrem Wichtiges verifizieren. Ich konnte eine kleine Gruppe von ihnen ausmachen, die nicht weit von hier operiert. Wirst du mich begleiten, wenn ich versuche, ihre Pläne zu erbeuten? Die könnten sogar sehr, sehr nützlich sein. Sogar natürlich begleiten wir sie dabei. In Ordnung. Ich werde dir helfen, strategische Pläne der Skians zu erbeuten. Dann lass uns keine Zeit mehr verlieren. Sie werden uns sofort angreifen, sobald sie uns sehen. Das bin ich gewohnt. Die Methode, wie wir an die Pläne kommen, überlasse ich dir. Also hier ist es ja Quatsch, sich an die Rand zu schleichen, oder? Ich habe schon so meine Erfahrungen mit den Kerlen. Ich weiß, wir sollten trotzdem wachsam bleiben. Dass die Menschheit überhaupt noch existiert, grenzt an einen Wunder, wenn ich mir ihre Wurzeln so betrachte. Also hier ist es, wenn ich mir meine Wurzeln so betrachte, wenn ich meine Wurzeln so betrachte. Was wollen denn die Skians mit einem Blumentopf? Ah! Autsch, Autsch, Autsch. Ich habe nur die falsche Waffe gezogen. Nein! Nein! Du bist immer noch sehr effektiv. Das nehme ich mal als Kompliment. Nun, du hast die Skians erledigt, aber hast du auch ihre Pläne? Hm, da war ja noch was. Dann geh schnell und hol sie. Natürlich. Zack. Die strategischen Pläne der Skyends. Hallo? Ansprechen. Ah. Ich fürchte, ich bin auf einen richtungsweisenden Rat angewiesen. Was meinst du? Was sollte ich deiner Meinung nach tun, wenn das alles hier vorbei ist? Ja, komm. Ich sehe unsere gemeinsame Zukunft. Nur wir beide. Ich möchte, dass du bei mir bleibst. Oh. Aber das ist... Das kommt jetzt ein wenig überraschend. Ich weiß doch gar nicht... Doch, Mira. Das weißt du. Ähm. Nun, dann hätte ich da aber noch ein oder zwei grundsätzliche Dinge zu klären. Wir müssen uns noch einmal über die Lagerung der Vorräte unterhalten. Schon wieder? In der Tat, diese unzureichende Vorgehensweise bei der Lagerstrukturierung ist hochgradig ineffizient. So. Allerdings, der Zustand des Waffenarsenals ist bestenfalls eine Grundausstattung. Den Krieg werden wir somit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht gewinnen können. Ich prognostiziere uns ein Versagen der Grundsysteme in den ersten beiden Zyklen des... Das ist das erste, was du jetzt danach sagst. Echt jetzt? Oh mein Gott. Ich sollte meinen Geist trainieren, bevor irgendwelche Dinge mit mir passieren. Ah. Ah, mein Kopf. Ist alles zu deiner Zufriedenheit verlaufen? Aber ja, natürlich. Okay. Hier sind die Pläne des Skynes. Zeig sie mir. Hm. Es ist, wie ich es mir gedacht habe. Sie sind exakt nach demselben Strickmuster strukturiert wie die Pläne der Menschen. Die Wahrheit ist nun einmal die Wahrheit. Und die wäre? Die Erkenntnis ist... Ich verstehe es jetzt. Der Selbsterhaltungstrieb, die Ideologien, das Zusammenrotten, die Liebe. Auch der Hass. Ich bin von einem ruhigen und logisch denkenden Individuum zu einem zeitweise explosiven und hochsensiblen Menschen geworden. Und es beginnt mir zu gefallen. Ja, ich weiß, ich schwenke oft von einem Extrem ins andere. Doch ich glaube, ich möchte es nicht mehr missen. Auch wenn es heißt... ...dass ich unter der Last der Emotionen oftmals leiden muss. Ich finde, du schlägst dich ziemlich wacker. Danke, dass du mich nie aufgegeben hast. Ich bin dir etwas schuldig. Tatsächlich? Wie wäre es dann mit... Nie wieder Wachdienst. Verstanden? Hey, nein. Nie wieder Wachdienst. Versprochen. Gut. Dann lass uns weitermachen. Ich glaube, wir haben noch einiges unerledigt gelassen. Hm. So, die Reihenfolge, wie hier einige Dinge passieren, finde ich komisch. Auch gerade die Pläne, die wir jetzt erst abgeben und dieses Gespräch, das dann vorher stattfindet. Äh, ich glaube, das ist so eigentlich nicht gedacht. Alles okay soweit? Die Art unserer Zusammenarbeit erweist sich als sehr effektiv. Sinnlos dieser Krieg. Nur eine Verschwendung von wertvollen Ressourcen. Mitkam. In Ordnung. Das kannst du aber auch netter sagen. So. Ähm. Auf jeden Fall müssen wir mit Tyalk sprechen. Wobei ich glaube, die Chips zu sammeln für Crony wäre auch nicht schlecht. Dass man noch ein bisschen was über die Sky-Ends in Erfahrung bringt. Hey. Meine Späher vermuten, dass sie für dich geworden sind. Eine Gruppe von jungen Hetzern wurde im Hinterland von Ignadon gesehen. Sie schwören, sie hätten diese Leute noch vor ein paar Tagen in den Ruinen dort herumstreunen sehen. Hey. Ich hörte, du hast dich mit dieser Frau zusammengetan. Ja, das ist richtig. Ich hoffe, das ist kein Problem. Hm. Es gab eine Zeit, wo mir das vielleicht noch etwas bedeutet hätte. Doch diese Zeiten sind schon lange vorbei. Na dann, viel Glück. Du wirst es brauchen. Okay. Über unseren Sohn müssen wir auch noch reden. Hier über, äh, Erziehungsrecht und sowas. Nein. Äh, frisch gewandelte Soldaten der Sky-Ends. Das sollten wir uns sofort ansehen, ja. Frisch gewandelte Soldaten der Sky-Ends. Das sollten wir uns sofort ansehen. Sehr gut. Dann nichts viel los. Und da verlässt uns Nürer wieder. Sieh dir das an. Es sieht fast so aus, als wären sie nie etwas anderes gewesen als Hetzer der Sky-Ends. Ganz schön beängstigend. Ich will nicht als Hetzer für den Rest meiner Tage den Sky-Ends dienen. Musst du nicht, wenn wir es verhindern können. Hm, merkwürdig. Tja dann, nutzt ja nichts. Geh vor, ich bin direkt hinter dir. Das ist eine Tragödie. Schlimm ist, dass sie zwar intelligenter sind als die Sky-Enden, jedoch genauso verbissen und verblendet handeln. Ich muss jetzt am Ort der Wandlung meine Sinne einsetzen. Bring mich dorthin. Ja, wir kennen ja das Spiel. Aber auch hier wieder ein Dinosaurier im Gepäck. Ich wette, das sind Kinder, die hier gewandelt werden, oder? Vielleicht erfahren wir das ja jetzt. Stehe ich dir im Weg? Ich glaube ja. Ja, wow. Hier warst du geduldig. Na, fertig. Es ist sehr schwer, das Leiden dieser Menschen zu ertragen. Und ich... Ich weiß nicht, was beunruhigender ist. Die Tatsache, dass die jungen Hetzer hier das dunkle Elex zu kontrollieren scheinen, oder... Ja? Na, diese Kerle haben offensichtlich nach Elex gesucht und auch einiges davon gefunden und es in sich aufgenommen. Was ist daran so interessant? Nun, dass es kein dunkles Elex war. Es war unser Elex. Die Skyns können also auch das blaue Elex verwerten. Das ist nicht gut, oder? Ganz und gar nicht. Stell dir vor, du hast eine Armee von solchen Soldaten, die unser Elex und Mana nehmen und es in ihren verseuchten Körpern verwerten. Damit ist es nur eine Frage der Zeit, bis das blaue Elex Magalans vollständig mit dem dunklen Elex vermischt ist. Man könnte auch sagen, es wird kontaminiert. Bedeutet das, dass es bald nur noch eine Art von Elex geben wird? Das dunkle Elex? Entweder das, oder zumindest eine Mischung aus beiden Derivaten. Ob es danach auch wieder getrennt werden kann? Das kann ich dir nicht beantworten. Ich kann aber spüren, dass diese Kerlchen hier mit den Stimmen des Elex kommuniziert haben. Genau wie ich es tue. Die Skyns haben also nicht nur die Kontrolle über alle Derivate des Elex. Sie kommunizieren auch mit dem Stimmenkollektiv des jeweiligen Derivats. Sieht fast so aus. Ein Hetzer ist jedoch nur der unterste Rang des Skyns und noch nicht so versiert im Umgang mit dem Elex. Ich müsste vielleicht eher einen jungen, frisch gewandelten Kurator analysieren, um mehr dazu sagen zu können. Wenn es diese überhaupt gibt. Vielleicht finden meine Speer ja einen oder zwei. Dann wissen wir mehr. Ich halte dich auf dem Laufenden. Okay, und wo hängen wir jetzt schon wieder? Hier oben beim alten Konverter im Ignadon. Okay, Leute. Dann geht es mal wieder zurück in die Bastion. Würde ich sagen. Aber wenn wir schon mit Kaya hier unterwegs sind, dann können wir uns direkt auch mal über Dex unterhalten, würde ich sagen. Wir müssen über unseren Sohn sprechen. Ja, das müssen wir. Nein, nicht schon wieder. Aber wo soll er denn hin? Das sollte er selbst entscheiden. Ich werde mal mit ihm reden. Na gut, wenn du meinst. Eine Sache noch. Momentan machst du mir Angst. Weißt du das? Ja, ich weiß. Ich sollte dringend etwas gegen meine Aussätze unternehmen. Ich kümmere mich darum, sobald ich die Zeit dazu finde. Okay, dann reden wir doch mal mit dem Kleinen. Müsste er sich nicht auch hier rumtreiben? Da steht er doch. Hör mal, Dex. Du kannst nicht in der Bastion bleiben. Ich weiß, du machst dir Sorgen, dass deine alten Mentoren mich in Bedrängnis bringen, nicht wahr? Meine Mentoren? Na, dein Vater und Adam. Ach, du bist ein cleverer großer Junge. Aber ich habe Angst, dass sie dir irgendwann auf die Pelle rücken, wenn ich mal nicht hinsehe. Sie wissen beide, dass du etwas ganz Besonderes bist. Daher sollten wir dich dahin bringen, wo sie dich erst einmal nicht vermuten. Das schließt deine Heimat in Tavar schon mal aus und natürlich sollte es auch nicht irgendwo in der Wildnis sein. Eher eine zivilisierte Gegend, weißt du? Aber Aska soll mitkommen. Natürlich. Hm. Ado, Erdo, Rat, Farmo. Was sagst du da, Vater? Ähm, ich... Okay, wenn das so ist, dann will ich aber selbst entscheiden, wohin ich gehe. Das war die Idee, also... Was kannst du dir vorstellen? Wo würdest du gerne hin? Bevor ich das entscheide, muss ich dir erst noch ein paar Fragen stellen. Ähm, okay. Schieß los. Erste Frage. Ist es für dich wichtiger, die Menschheit zu retten oder deine Familie? Oh Gott. Was stellt der für Fragen? Wie alt ist der Junge? Fünf oder sechs? Und da stellt er solche Fragen? Hm. Das Wohl aller sollte immer über dem eigenen stehen. Hm. Seltsam. Ich hab dich schon häufig anders handeln sehen. Zweite Frage. Glaubst du es ist effektiver, Konflikte mit Gewalt oder mit Diplomatie zu lösen? Hm. Es kommt auf die Umstände an. Schon. Doch sind die Umstände hierzulande leider meistens sehr eindeutig, nicht wahr? Dritte Frage. Ist es für dich legitim, jemanden etwas wegzunehmen, obwohl du ganz genau weißt, dass der Bestohlene große Probleme bekommt, wenn du das tust? Hm. Man könnte nur das nehmen, was man wirklich braucht. Damit gehst du leider das Risiko ein, dass es zu wenig sein könnte. Du weißt ja nie, ob du noch einmal die Gelegenheit dazu bekommst, nicht wahr? Gut, dann weiß ich, was ich tun werde. Ich gehe jetzt zu den Klerikern. Ah, okay. Interessante Wahl. Warum gerade sie? Sie versuchen, die Menschheit zu retten. Das kommt der Philosophie von uns Berserkern immer noch am nächsten. Ich habe da noch einen. Der Duer hat einen neuen Auftrag für mich. Mann, mischt dich doch nicht ein. Verstehe, wird das wieder so eine Strafexpedition für untreue Lieferanten? Das wird sich zeigen, ob ich die grobe Kelle auspacken muss. Der Prügelknabe. Das klingt sehr falsch. Tja, nur mit dem Unterschied, dass ich es bin, der die Prügel verteilt, wenn es nötig ist. Wer ist denn der Glückliche? Ein Kerl namens Urax. Ein Alp. Richtig. Und da du selbst einer von dem Verein bist, darum bist du der ideale Wingman für die Aktion. Was hat er verbrochen? Bisher noch nichts. Ich soll erst einmal mit ihm verhandeln. Urax soll vermutlich Energiezellen für unsere alten Maschinen liefern oder so. Und wo bekommt er die her? Was weiß ich? Aus dem Depot? Kann uns egal sein. Hauptsache er liefert. Du bist bereit? Hey, folgendes. Ich weiß ja nicht, ob das bei dir normal ist, aber... Ja, ich weiß, ich sollte dringend etwas gegen meine Aussätze unternehmen. Ich kümmere mich darum, sobald ich die Zeit dazu finde. Sehr gut. Und Dex ist jetzt weg? Warum mischt er sich auch ein? Also das finde ich auch ein bisschen blöd gelöst. Dass sobald die in der Nähe stehen, die dich direkt ansprechen. Wenn man darauf eingeht, man auch direkt am Ort landet, wo sie agieren wollen. Das ist sehr ungünstig gelöst. Denn eigentlich, ja, mit Crony wollte ich die Chips holen. Aber unsere ganzen Aufträge führen uns ja erst einmal zu Tialg. Dass wir mit Tialg sprechen. Also gehen wir auch erst einmal zu Tialg. Der wird ja jetzt einiges zu berichten haben. Dawkins ist weg. Wat, 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 wat? Wo ist der alte Mann? Wo ist Dawkins? Äh, keine Ahnung. Ich dachte, er wäre bei dir. Ach ja, warte mal. Jetzt fällt mir etwas ein. Er sagte, er wollte noch einmal nach DNA-Fragmenten suchen. Aha. Wo genau? Nun, er redet da einen Haufen technisches Zeug und irgendwas von einem Hauptformer oder so. Ergibt das Sinn für dich? Was? Der Hauptformer der Skyen steht in Marakor? Tja, dann ist er wohl dahin. Keine Ahnung, ich habe ihn schon eine Weile nicht mehr gesehen. Aha. Wie sieht es in der Bastion aus? Kommen wir voran? Das hohe Aufkommen der Scyaniden ist ja eine Sache. Doch wir sind an vielen Stellen noch nicht so effizient, wie wir sein müssten. Die Skyens scheinen unsere strategischen Ziele häufig schon zu kennen, noch bevor wir sie in die Tat umsetzen können. Ich habe einen leisen Verdacht, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Hm. Das sollten wir ernst nehmen. Du machst dir einen guten Job. Ich traue deinem Urteil. Ich kann dir nicht genau sagen, was es ist. Ich würde vorschlagen, an einer ganz bestimmten Stelle mal nachzuhorchen. Die Skyens reaktivieren viele der verstaubten Rechner der alten Welt. Es gibt da ein altes Chemiewerk in Ignadon. Von dort wollen unsere Kundschaften vor kurzem eine Stimme aus einem der Lautsprecher gehört haben, die von Dingen sprach, die eigentlich nur jemand aus der Führungsriege der sechsten Macht wissen kann. Vielleicht nur Spinnerei und ein verdammt dünnes Indiz, aber Grund genug, sich das mal genauer anzusehen, findest du nicht? Auf jeden Fall. Was gibt es Neues, Osthabar? Ich erreichte die Nachricht, dass die Skyens unsere Weltenherzen ins Visier genommen haben. Der arme Berserker war so oft dasselbe, der in der letzten Sekunde war. Wenn es von dem Morkonstring gerichtet wurde oder nicht. Hauden von Scyaniden wurden gesichtet, die die Weltenherzen in Tavar angreifen wollen. Ich habe hier alle Hände voll zu tun, sonst würde ich sofort versuchen, unsere Leute bei der Verteidigung der Herzen zu unterstützen. Ich könnte das übernehmen. Dann tu das, aber schnell. Wenn die Herzen fallen, dann fällt auch Tavar. Scheiße. Okay. Willenstärke. Was wohl mit mir passiert wäre, wenn der Kontrollchip des Hybriden bei mir damals funktioniert hätte? Koni. Wäre ich dann nicht genauso verblendet wie alle anderen dem Wahn der Maschine verfallen? Dex hat sich entschieden, wo er seine weitere Ausbildung machen will. Seine Wahl fiel auf die Kleriker. Bist du denn des Wahnsinns, mein Kind alleine zu diesen Leuten zu schicken? Nein, schließen wir uns den an, oder? Ich glaube, ich habe es so gewollt. Und du weißt, was passiert, wenn er sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hat. Aska ist bei ihm. Er wird seine weitere Entwicklung überwachen und ihn beschützen. Aber was ist, wenn er in Bedrängnis kommt? In Dex schlummern mächtige Fähigkeiten. Ich denke mittlerweile, dass er uns beide bald übertrumpfen wird. Und dann schickst du ihn weg? Ich brauche hier einen freien Kopf. Dem Jungen wird schon nichts passieren. Er ist kürzlich noch fast allein durch die halbe Welt gereist, ohne einen Kratzer. Mir ist lieber, er macht seine Erfahrungen in zivilisierteren Gebieten. Und wie gesagt, er wollte es selbst so. Ich töte dich, wenn das schief geht. Ja, ich weiß. Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit. Wenn du willst. Ah, mein Kopf. Ja, wir brauchen Crony, bevor wir hier wieder irgendwo am Arsch der Welt wach werden. Crony, Crony, Crony. Ich sollte meinen Geist trainieren, bevor irgendwelche Dinge mit mir passieren. Crony, wo bist du? Schwebt er immer ziellos durch die Gegend an uns vorbei und wenn wir ihn brauchen, finden wir ihn nicht. Doch, da ist er doch. Crony, Crony. Eine Trainingseinheit deiner geistigen Stabilität wird umgehend empfohlen. Lass uns mit meinem speziellen Geisttraining beginnen. Ja, Commander. Starte Trainingsprotokoll. Danke, das reicht hoffentlich wieder für eine Weile. Stand by. Oh. Gut, gehen wir die neuen Chips suchen. Positiv. Noch ein bisschen was in Erfahrung bringen über die Skylands. Die Ortung liegt direkt vor uns. Also wie immer, du folgst mir und wir holen uns die Dinger. Ja, und wenn wir schon in Ignodon sind, dann können wir auch die Fabrik untersuchen. So ein Dreck. Bereit. Positiv. Könnte das ja sogar die alte Fabrik sein? Wie lange, wir hier gerade zwei Fliegen mit einer Klappe? Viele tote Winkel entdeckt. Erhöhe Gefahrenstufe. Starte erweiterte Sensorenabkastung. Was auch immer du sagst. Das dürfte aber gut Elex springen hier bei den Fischern, die herumrennen. Erneut höhere Fluktuationen der neuronalen Systeme. Die Skylands wissen offenkundig, dass wir ihre Chips analysieren und zerstören. Sollen Sie? Wir werden sie schon erwöschen. Wir werden sie schon erwähnen. Altes Chemiewerk. Ich glaube tatsächlich, dass das hier die Stelle ist, von der Tiagoin sprach. Ja, Leute, ist es auch. Wir schlagen hier zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja, ja, beeil dich damit. Gleich geht's los. So. So. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Schlafen. Da hier sind aber richtig viele heftige Gegner unterwegs, Leute. Also erstmal kümmern wir uns aber um die Chips. Oh oh. Ach, warum? Ich hab gar nicht gesehen, wo das gerade herkam Was ist denn gerade los, Leute? Ich hab nicht gesehen, wo das gerade herkam Ich hab nicht gesehen, wo das gerade herkam Meine Kontrollknoten-Chips ergab wenig neue Erkenntnisse Was denn? Nichts? Nicht einmal ein bisschen? Die Skions scheinen mehrere künstliche Intelligenzen zu benutzen, um unwichtige und redundante Arbeiten zu erledigen Okay, das tun viele Menschen ebenfalls Aber inwieweit sind die Skions von den Maschinen abhängig? Oder ihnen vielleicht sogar hörig? Dazu konnte ich nichts Relevantes finden Also nichts? Heißt das dann nicht im Umkehrschluss, dass die Skions autonom handeln, ohne Abhängigkeit von der Maschine? Meine Berechnungen sind hier nicht eindeutig Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass es so sein könnte? 49,98% Ah, das ist in der Tat nicht eindeutig Wir brauchen noch einen weiteren Scan, um die Tendenzen zu verifizieren Na schön, machen wir das Melde dich, wenn du etwas Neues hast Ja, Commander So, jetzt erstmal Stimmen in der Dunkelheit oder aus der Dunkelheit markieren Ist ja auch hier in der Ecke Und wir müssen uns hier ein bisschen umschauen Ich habe ja noch die Hoffnung, dass wir ein weiteres Kartenstück oder vielleicht noch eine legendäre Waffe finden Vielleicht sogar noch ein paar dauerhafte Tränke So, hier hacken wir erst nochmal einen Tresor Okay, die Zahl wird immer kleiner 9,8,7,5 8,4,3,2 Jawohl, geht doch Ah, was liegt da? Ach so, das ist so ein Frostpilz, oder? Kommen wir von hinten nicht hier in die Fabrik? Nichts? Okay Protokoll 589 Kontinuierliche Überwachung des neu entdeckten Objektes Außergewöhnlich starke Veränderung der Flugbahn Die Berichterstattung an Dr. Dawkins erfolgt alle zwei Stunden Lass mich durch, Pony Hier ist noch eine Truhe Ich bin nicht gut genug Na, das ändern wir Das ändern wir Wir haben hier nur die falsche Spezialisierung ausgerüstet So Jetzt muss ich mal nach hinten gucken Wie weit gehen die? Die beiden Und die letzten drei Okay, ich glaube ich hab's dann Jäger Spezialisierung Apropos Jetzt wo wir die Truhe geknackt haben Müssen wir die Jägerspezialisierung auch wieder reinnehmen Die wir jetzt doppelt haben Überwachungsprotokoll Neue Daten von IR 571 empfangen Vermessung des entdeckten Objektes wird durchgeführt Veränderung der Flugbahn festgestellt Daten werden umgehend in den Computer eingepflegt Ausführender Assistent Taylor Hmm 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 Das war's. Ich freut mich gerade, ob wir da hochkommen. Huch? Äh, hier hochkommen. Ich glaube, da ist nichts drin. Okay. Du bist ein Laufender und kein Schlurfender. Also, geschlafen war dieses Anstürmen etwas zu schnell, oder? Ich klettern mal auf dem Turm hier. Klettern kann man das ja nicht nennen. Eher gleitern. Gleitern wir mal auf diesen Turm hier. Das ist aber nichts. Warum nicht? Enttäuschend. Nichts? 何買 Dieter Nichts? Nichts. Nichts. Uh oh. So, hier kommen wir rein. Hier ist der Ort, von dem Tiag gesprochen hat. 34 5 201. Datenübertragung starten. Abzug der feindlichen Truppen im Planquadrat A120 zu B609. Mhm, scheiße. Warnung. Externe Sensoren verzeichnen Bewegung. Starte Ortungsalgorithmus. Analyse. Humanoide Einheit. Hohe Wandlungsaktivität. Crony? B... bist du das? Was hast du getan? Ich bin Cassandra. Kontrolleinheit 0. Meine externen Sensoren identifizieren die zweite humanoide Anomalie des Zielplaneten. So ist deine Urform. Ich verstehe, du hast meine Drohne gekapert. Du bist die Stimme des Feindes, die künstliche Intelligenz des Hauptformers der Skyons. Meine Analyse deines Metabolismus ergibt ein fortgeschrittenes Stadium der Wandlung ohne Metamorphose. Das ist kein Normalverhalten. Eine umfassende Untersuchung in einer Forschungszelle ist unerlässlich. Ja, deine Kreaturen haben mich bereits infiziert. Aber so leicht ergebe ich mich eurer Seuche nicht. Halte deine Position. Örtliche Kuratoren werden dich in Gewahrsam nehmen. Wo ist deine Urform? Das könnte dir so passen. Wovon redest du überhaupt? Was ist die Urform? Die erste humanoide Anomalie des Zielplaneten. Wo ist sie? Wo ist die Urform? Sehr beruhigend, dass dir offensichtlich nicht alles über unsere Spezies bekannt ist. Das bedeutet, du bist nicht allwissend, nicht unfehlbar. Und damit auch nicht unbesiegbar. Trägt diese erste Anomalie auch einen Namen? Wo ist Dawkins? Wo ist die Urform? Dawkins? Wer auch sonst? Dieser Kerl wird noch einmal meinen Untergang. Halte deine Position. Örtliche Kuratoren werden dich in Gewahrsam nehmen. Von wegen. Jetzt hör mal gut zu, du Schaltfehler. Ich werde dir gar nichts sagen und auch nirgendwo hingehen. Ich werde deinen Stecker ziehen und danach deine Schaltkreise rausreißen. Analysiere. Wo ist deine Urform? Wo steht dein Zentralrechner? Analysiere. Was denn? Das war's schon? Ein paar Widerworte und du kriegst einen Kurzschluss? Commander. Ah, schade. Ich kam gerade in Fahrt. Starte Selbstdiagnose-Algorithmus. Gib dir keine Mühe, Crony. Sie ist weg. Ich verzeichne eine feindliche Übernahme meiner zentralen Systeme. Ja, schraub dir besser mal ein paar mehr Sicherungsbolzen in deine Synapsen, mein Freund. Sie wird das mit Sicherheit noch einmal versuchen. Positiv. Nochmal ein altes Flugblatt. Egal ob Mann oder Frau, wir suchen dich. Bist du jung und gesund? Bewirb dich jetzt in unserem Einschreibescenter Infinite Skies für eine bessere Zukunft. Da kommen sie doch, die Kuratoren. So, soviel zum Thema Gewahrsam. Das ist jetzt auch schon abgeschlossen. Aber eigentlich wollte ich mich hier in der Fabrik noch ein bisschen umsehen. Hier war noch ein Tresor zum Hacken. Und hier finden wir bestimmt noch andere wichtige Sachen. So, 0 ist kleiner als 9, ist größer als 1, ist kleiner als 8. Hm. So, also kommt die 9 an letzter Stelle. So, äh, 2 ist kleiner als 7. Da kommt die 9 hin. So, 2 und 7 ist auch falsch. 3 und 4. 5 oder 6. 5, okay. Geht doch. Schnapp. Wir hatten hier noch mehr Gebäude, oder? Ich glaube, in diesem kleinen Gebäude waren wir noch nicht drin. Ja, da steht ein Dino und eine Waffe oder Zigarettenstange oder was. Schwer zu erkennen. Persönliche Aufzeichnungen gefunden. In den letzten Monaten durfte ich mich um den Bau neuer Roboter kümmern. Nebenher wurde ich noch für den Bau unserer neuen Sonde IR 571 beauftragt. Die Arbeiten dazu habe ich vor drei Tagen abgeschlossen. Nun warte ich auf eine Rückmeldung von Dr. Dawkins. Die Probeaufnahme haben ihn überzeugt. Dr. Adam Dawkins hat mich als seinen Assistenten für das nächste Projekt ausgewählt. Seine Arbeiten sind bemerkenswert. Meine ganze Mühe hat sich endlich ausgezahlt und mein größter Wunsch, in seinem Forschungsteam arbeiten zu können, ist in Erfüllung gegangen. Ich wurde von ihm beauftragt, mich höchstpersönlich um die ersten Aufzeichnungen der Sonde zu kümmern. Ihm ist auf den ersten Blick ein ungewöhnlich großes Objekt aufgefallen. Natürlich werde ich mich umgehend an die Auswertung der Daten setzen. Von den ganzen Himmelskörpern, die wir bis jetzt entdeckt haben, ist dies der beeindruckendste. Nach unseren Berechnungen bewegt er sich mit einer konstanten, jedoch geringen Geschwindigkeit fort. Ich habe Dr. Dawkins umgehend die Daten zukommen lassen. Ja, das war wohl der Meteorit, der eingeschlagen ist. So, nochmal ein Tresor zum Hacken. Zwei ist kleiner als neun, ist größer als sieben und größer als sechs. Hm, okay. Und da geht es jetzt noch kleiner weiter. Fünf hier. Sehr gut. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Dann müssen wir dich eben über den Haufen schießen. Sollen wir mal auf den Turm fliegen? Vielleicht ist da ja oben was drauf. Wir haben hier ja mehrere Türme in der Umgebung. Ja, ich glaube, ich schaue mal, ob hier oben was liegt. Ja, hier haben wir auf jeden Fall was. Ja, aber hier oben ist wieder nix. Was? Korni begleitet uns nicht mehr? Hm. Oh, ich glaube, hier waren wir noch nicht, oder? Und damit sind wir aufgestiegen. Toröffner, das klingt mir stark nach einer legendären Waffe, Leute. Schauen wir mal. Wo ist denn der Toröffner? Da! Fernkampfwaffe. Ein Granatwerfer. Hm. Öffnet nicht nur Zore. Aber nicht dieses, oder? Okay, das ist der Vulkan hier. Da wird's zu heiß. So, ich sehe aber auch gerade, dass wir schon wieder die Stunde voll haben. Ich würde mich hier gerne noch ein bisschen umschauen. Aber damit fange ich dann im nächsten Video an, dass wir uns hier weiter umschauen. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir was gegen die Attacken auf die Weltenherzen unternehmen. Und dass wir vorher auch wieder Nürer als Begleiterin mitnehmen. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen. Und hoffe, dass ihr bei meiner nächsten Episode zu Elex 2 wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute. Euer Renne. Wünsche. Wünsche. Wünsche.